Ich habe gerade, ich zeige euch das mal ganz kurz, lade ich mein Video über Real Madrid und das Regime hoch. Und morgen ist Sonntag, gleich spielen wir gegen Real Madrid und ich habe Stand jetzt noch keine Ahnung, über was ich morgen reden soll. Naja, wahrscheinlich über das Mallorca-Spiel. Aber ich wollte euch mal was Besonderes machen und deshalb dachte ich, ihr könnt mal beim Überlegungsprozess dabei sein, über was ich morgen mein Video mache. Also, Arda Güler kommt immer gut, bei Mbappé rührt es sich nicht. Ich bin gespannt, ob Güler heute spielt, dann könnte ich locker ein Video darüber machen. Obwohl, warte mal, warte, warte, warte. Wie wäre es, wenn ich nach Mallorca fliege und einen Vlog mache? So, wie verklickere ich jetzt meiner Frau, dass ich nach Mallorca fliege? In einer Stunde oder zwei? Ganz einfach. Ich bin hier der Mann und ich fliege nach Mallorca, wenn ich das will. Hast du was gesagt? Nein, 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 nein. Schatzi, Schatzi. So, ich habe jetzt meiner Frau gezeigt, wer das Sagen hat. Oh, das war laut, das hätte ich fast gehört, Vorsicht. Also, ich habe meiner Frau jetzt gezeigt, wer das Sagen hat. Also, damit ihr mal seht, wie alt ich bin. Als ich mal klein war, gab es eine Mini-Playback-Show. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Da sind Kinder in eine magische Kugel gegangen und kamen umgezogen als irgendwelche berühmte Sänger wieder raus. Und den gleichen Effekt werdet ihr jetzt sehen. Ihr seht, wie ich ins Stadion gehe, welche meine Klamotten sind für das Spiel. RCD Mallorca gegen Real Madrid. Viel Spaß beim Vlog. Ja, Mann. Auswärtstrikot natürlich von Eduardo Camavinga. Bei der Jacke bin ich mir noch nicht ganz sicher, werdet ihr gleich erfahren. Jetzt geht die Reise los. Der Flug geht in der Stunde oder in eineinhalb. Das heißt, ich muss Gas geben. Wir sehen uns am Flughafen. So, kurzer Garderobenwechsel. Nicht wundern. Die Kamera verletzt das wahrscheinlich ein anderer. Ich nehme mir jetzt gerade mein Handy zum Aufnehmen. Denn ich habe keine Zeit, meine Kamera rauszuholen. Es ist schon nach 13 Uhr. Mein Flug geht um 14.20 Uhr. Ich muss jetzt schnell zum Gate rasen. Natürlich repräsentiere ich Real Madrid, was sonst. Ja, jetzt geht es, glaube ich, in den ersten Check-In. Und wenn ich das erledigt habe, sehen wir uns hoffentlich. Bis gleich. So, ich bin durch die Kontrolle gekommen. War direkt ein gutes Zeichen. Ich durfte das Cristiano Ronaldo machen. Der Flughafen hat ein bisschen seltsam geguckt, aber naja, es ist wie der ist. Jetzt muss ich A40 suchen. Easy, direkt hier. Also, ich bin viel besser in Zeit, als ich gedacht hätte. Auf geht's zum Abenteuer. Jetzt schon A40 gefunden. Läuft heute. Wir müssen auf jeden Fall Mallorca gewinnen. So, erste Erfahrung als Vlogger. So eine ruhige Ecke am Flughafen zu finden an einem Samstag ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also, dieser Vlog, der ist, glaube ich, nicht repräsentativ für meine nächsten, wenn ich noch welche mache. Denn meine Zeitaktung ist an diesem Samstag sehr begrenzt. Ich fliege jetzt 14.20 Uhr, lande ca. 16 Uhr rum. Um 18.30 Uhr ist Anstoß. Ich möchte spätestens 17.30 Uhr im Stadion sein. Weißt Gott, mit der Kontrolle, ob ich mit der Kamera und allem hier reinkomme. Das möchte ich natürlich nicht riskieren. Also habe ich nicht viel Zeit von Palma zu zeigen. In meinen nächsten Vlogs möchte ich natürlich auch ein bisschen mehr die Stadt zeigen. Dann ist 18.30 Uhr Anstoß. Spielt bis 20.15 Uhr. 20.20 Uhr mit Nachspielzeit rum. Und um 21.30 Uhr geht mein Rückflug. Also, dann muss ich wirklich vom Stadion zum Flughafen rennen. Mit dem Taxi hoffen, dass ich irgendwie noch den Rückflug kriege. Also, der Vlog, ich hoffe, der wird euch gefallen, wird aber nicht repräsentativ für meine nächsten. Ja, ansonsten bin ich ein bisschen angespannt. Ich lange nicht mehr gerade in Madrid gesehen. Erstmal Gide Bellingham mit Madrid-Trikot. Stimmt gar nicht, ich war ja in Berlin. Ja, aber, naja, ich bin gespannt. Bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt und das ist ein sehr wichtiges Spiel. Also, Jungs, holt die drei Punkte. Ich werde euch anfeuern. Bis zum geht nicht mehr. So, das ist meine Foodtour. Ein Hem & Cheese Sandwich für gefühlt 20 Euro. Und eine Flasche Wasser. Mahlzeit. Ah. Gut gelandet in Mallorca, auf geht's. So, das kriege ich bestimmt nicht wieder hin, aber hier ist gerade mitten durch den Flughafen in Fone geflogen. Wie geil ist das denn? Einfach ein Vogel mitten über mir und mein Kopf hier mitten im Flughafen. Geil. Ansonsten, nicht so viel los auf dem Flughafen. Noch bin ich das einzige Madrid-Trikot. Sobald ich ein zweites sehe, sage ich euch Bescheid. Also, bis gleich. So, wir sitzen im Taxi. Jetzt fahre ich in die Nähe vom Stadion. Zehn Minuten weg. Ist ein schöner Park, den wollte ich euch nochmal zeigen. Wir wollten ja Gegner-Watch machen. Also schauen wir mal, wie Manchester City steht. Und gleichzeitig schauen wir mal in unsere Aufstellung. Das interessiert uns alle. Also, wir sehen uns. So, schauen wir mal in die Aufstellung rein. Es sind einige Überraschungen dabei. Ich bin verwundert, dass Militao nicht von Anfang an spielt. Hat Ancelotti uns alle belogen und die Presse auch. Naja, Rüdiger und Nacho spielen von Anfang an. Schwer-Mini zu erwarten, der fehlt ja gegen City. Aber im Mittelfeld die ersten Veränderungen. Modric kommt rein. Und vorne drin, die beiden Brasilianer werden geschont. Das heißt, Maffeo kann Militao heute nicht treten ohne Ende. Naja, mal schauen, wie das Spiel läuft. Wenn es gut läuft, gibt es vielleicht sogar ein paar Minuten für Adler. Interessante Ausstellung. Boah, was geht denn da ab? Rotes Rauchgeschwader schon am Stadion. Spanien ist schon schön, muss man schon sagen. Ah, unsere Eltern sind wegen Geld nach Deutschland gegangen und seitdem sind wir da. Aber Leben in Spanien wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. So, ich muss sagen, die Sonne knallt. Das Wetter ist herrlich. Perfektes Fußballwetter für mich als Fan. Ich sehe das Stadion schon, schätze mal 20 Meter entfernt oder eher 100. Bis jetzt nur nette Mallorca-Fans getroffen. Hier und da mal ein böser Blick, aber das gehört dazu. Schließlich repräsentiere ich die Farben vom erfolgreichsten Verein aller Zeiten. Dann gehört das dazu. In diesem Sinne, à la Marie. So, es ist gekommen, wie es kommen musste. Ungefähr eine Minute vor dem Stadion die ersten Beleidigungen. Ich wurde als Payasso, als Clown bezeichnet. Aber absolut okay. Der größte Teil der Fans sehr friedlich. Ein paar kleine Ausnahmen gibt es überall. Aber wir zahlen ihnen das heute einfach auf den Platz zurück mit drei Punkten. Und ich habe einen Grund, Real Madrid noch mehr anzufeuern. Werden die sehen, wer der Clown ist. Vamos! Und da ist das Stadion. Die Fanbrusse sind da. Hier und da, mein Madrid-Fan. Ich habe gerade ein Rüdiger-T-Shirt gesehen. T-Shirt. Ein Rüdiger-Trikot. Geil. Okay, hier geht die Party ab. So, ich habe ein bisschen Angst, nicht mit der Kamera und dem Stick ins Stadion zu kommen. Deshalb habe ich den Stick jetzt mal weggepackt. Ich bin also nicht so weit weg. Hoffen wir mal, dass ich reinkomme. Ihr erfahrt mehr, wenn ich drin bin. Oder wenn nicht. So, ohne Probleme durch die Kontrolle gekommen. Ich habe nie gezweifelt. Irgendwie geil. Ich sehe gleich hier in dem Stadion die Jungs. Meine Vorfreude steigt enorm. Schauen wir uns mal den Ort des Geschehens an. So Leute, so würde es aussehen, wenn ich reich wäre. Aber da ich arm bin, bin ich mit Kirschenhaus. Oh mein Gott, das hört ja nie auf. Das hört ja nie auf. So, ganz im Fakt der Fakt noch. Jeder Platz hat irgendwas hier auf dem Platz hängen. Das heißt, es wird wieder eine Choreo geben. Und aus Respekt gegenüber dem Mallorca werde ich natürlich an der Choreo teilnehmen. Bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Die Torhüter von Mallorca sind jetzt auf dem Platz. Also es dürfte nicht mehr lange dauern, bis die Spieler von Madrid aufkommen. So, auch unsere Jungs sind jetzt endlich da. So schick an Mallorca nicht. Auf jeden Fall warte ich, dass da hinten aus dem Eingang endlich unsere Madrid-Spieler kommen. Ja, da kommen sie. Live drauf. Ja, da kommen sie noch. Ja, da kommen sie noch. Ja, da kommen sie noch. Wuhuuu! Jüd. Hier vorne, Jüd. Enten Antonio Abbi, Lucas Vazquez, Rahim. So, noch eine halbe Stunde bis zum Anstoß. Unsere Spieler machen sich schon warm. Wir müssen heute die drei Punkte holen. Das wäre so vorentscheidend für die Liga. Heute Abend spielt Barcelona, wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir acht Punkte Vorsprung. Und dann sind wir erstmal uneinholbar. Wenn wir verlieren, sind es vielleicht nur noch fünf. Und nächste Woche, bis wir Barcelona kommen, könnte es alles nochmal knapp werden. Vor allem, weil wir danach ein schweres Spiel bei Real Sociedad haben. Sehr interessante, sehr wichtige Wochen für Real Madrid. Wir müssen heute gewinnen. Die Chiris rennen schon zur Rettung dahin. Wir besprechen die vielen, die heute Winifoulen dürfen, ohne dass sie eine Rote kriegen. Ja, schön zu den Chiris. Kann mir jemand erklären, warum es so aussieht, als wenn Mallorca mit 40 Spielern spielt? Und Madrid mit 7. Was ist da los? Ja, schön zu den Schiris! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Waaaaaaah, Willi! Wunderschöner Sonnenuntergang. Die Sonne geht über den Bergen. Mallorca gegen Madrid. Geiler geht es nicht. Schön Schua. Schumini fühlt sich heute. Schumini spielt heute das Spiel sein Leben. Der spielt es richtig. Schau mal wie er Fluchner ist. Alle Zeit erwählt. Außen das natürlich. Wieder ein Konter. Immer nach der Ecke laufen wir ein Konter. Foul. Schön. 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 Was? So jetzt wieder diese speciale Kick-off von Valverde. Ohhhh. Halleluja. Hohohohohoho. Und das war die Top-Up. Oh. Oh. Ja, das ist wirklich. Vorsicht Kammer. Vorsicht Mondi. Start Mondi. Ohhhh. Weltplatz. Ja Leute. Ich darf den Team bei Dani Carvajal sehen. Goll. Januar. Standing orations für Luca Mordrich. Stark vom Stadion, muss man sagen. Komm Kammerwege, raus da. Nicht standen lassen. Montier, nicht standen lassen. Stark, Montier! Komm, 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 komm! Fast 90 ist die Minute, die Null, wenn wir die Null halten, wenn wir das Spiel gewinnen, ist die Meisterschaft schon sehr, sehr, sehr fast so gut erschienen. Mit die wichtigsten Minuten der Liga, lasst uns die Null halten, kommt jetzt. Montier, das wird doch was zu machen. So, vier Minuten Nachspielzeit. Wir spielen mit Rüdiger, Militao, Luminaccio, Monti, Carvajal, Pucciomeni, also die Null soll auf jeden Fall gehalten werden. Carlo Isto bleibt Italiener. Oh, oh, ganz so ein Fehler. Schöne Kammer, ey! Gut, noch mal eine Minute. Loni in Deiner. Horrorszenario eingetroffen, es gibt keine Taxen. Taxen sind aufgebraucht. Ich brauche zum Flughafen zu Fuß eineinhalb Stunden, da ist mein Flugstuhl weg. Ich weiß nicht, wie ich zum Flughafen komme. Also, Panik da. Einzige Hoffnung ist, dass ich ein Taxi auf der Straße erwische und wie ein wilder Winkel. Ich habe keine Ahnung. Panik, Horrorszenario. Ich habe ein Taxi erwischt. Das Einzige, was frei war, sind wir zur 17 gestürmt und ich habe tatsächlich den Zweikampf gewonnen. So, ich sitze im Taxi. Flug geht in einer Stunde. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Ich bin immer noch überglücklich über den Sieg. Das war verdammt wichtig. Nächste Woche Klassiko. Aber vorher Mittwoch City. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. So, jetzt bin ich am Flughafen. Jetzt bin ich auf der Suche nach C64. Jetzt komme ich ein bisschen zur Ruhe, weil es sieht so aus, als wenn ich es tatsächlich schaffen würde. Jetzt kann ich auch das Spiel so ein bisschen sacken lassen. Also, was für ein Glück ich hatte. Ich habe, glaube ich, das Tor der Karriere von Aurelio Chomini gesehen. Der hat das Spiel seines Lebens gemacht. Zwei Kämpfe gewonnen hinten. Auch Falaamondi war richtig stark. Und was mir extrem aufgefallen ist, und zwar richtig extrem, war Jude Benningham. Auch in der ersten Halbzeit, wo zu wenig Bewegungen drin war, etc. PP, Jude Benningham ist immer wieder die Meter in die Tiefe gegangen. Er hat locker zehn Sprints angesetzt. Und immer wieder sich abgeärgert, als würdiger den Ball dann nicht gespielt hat. Aber dadurch waren Räume frei, etc. Man hat es ihm angesehen. Dann war der auch müde in der 60. Rodrigo durfte sich ganz schonen. Also, ich glaube, das war die richtige Mischung. Das Einzige, was mich geärgert hat, war, dass Adria Gülle schon wieder keine Minuten bekommen hat. Ich weiß nicht, was der Junge noch machen soll. Ich hätte mir ja so gewünscht, ihn endlich mal live spielen zu sehen. Weil ich glaube, dann siehst du seine Klasse, sein Auge noch besser. Im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Ich melde mich, wenn ich gleich in Deutschland gelandet bin. In diesem Sinne, bis gleich. I'm Batman. So Leute, es ist 0 Uhr 23. Ich bin gestern von Düsseldorf ausgeflogen und inzwischen bin ich in Köln gelandet. Ja, das war mit Abstand die günstigste Lösung. Jetzt bin ich hier. Wo ist er? Bei Lukas Podolskys Restaurant am Flughafen. Nein, Leute. Also. Seit heute 7 Uhr morgens auf den Beinen. Ein Video gedreht. Bis ca. 12.30 Uhr ging das. Und dann ab in den Flieger, der um kurz nach 2 geflogen ist. Und dann das Spiel geschaut. Hektik nach dem Spiel. Ich gehe sofort wieder zurück ins Taxi zum Flughafen. Und jetzt bin ich hier 1 Uhr morgens. Meine Frau quillt sich gerade um halb 1 nach Köln, um mich abzuholen. Ich habe an ihrer Stimme ihr angehört, dass sie verdammt müde ist. Aber ich bin ihr sehr dankbar. Leute, wenn ihr so lange bis zum Schluss drangeblieben seid, dann zunächst einmal vielen Dank. Ich weiß, dass es mein erster Vlog war und ich mit Sicherheit noch ganz viele Fehler gemacht habe. Aber ich gebe mir Mühe, dass es beim nächsten Mal besser wird. Es ist immer, wenn man am Anfang was macht, das ist nie perfekt. Sollte euch der Content trotzdem gefallen haben, dann tut mir doch einen Gefallen. Ich habe letztens gelesen, in der Statistik, dass irgendwie 70% oder mehr von den Leuten, die meinen Content gucken, immer noch nicht subscribed haben. Es ist absolut kostenlos. Ich hoffe, ihr seht die Mühe, die ich mir mache. Ich hoffe, dass der Content gefällt euch. Und in diesem Sinne, wenn euch das doch gefällt, tut mir den Gefallen. Drückt auf Follow. Ihr könnt dem Kanal enorm weiterhelfen und mir natürlich auch. Lasst Likes da, lasst Kommentare da. So Leute, das war es jetzt echt vom Vlog Real Madrid gegen Mallorca. Wir haben 1 zu 0 gewonnen und sind der Meisterschaft einen riesen Schritt näher gekommen. In diesem Sinne, bis morgen. A la Madrid.